Sie suchen etwas Besonderes? Hier ist eine einmalige Gelegenheit. Ein großes Anwesen, direkt am Waldrand, mit Blick auf den Rhein, viele Räume und Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist genau das, was Sie suchen. Dann gehen Sie mit mir auf Entdeckungsreise. Wir sind heute auf der Liesenhöhe in Bingerbrück. Mit Blick auf den Rhein und auf Bingen. Ein individueller Wohntraum und eine einmalige Gelegenheit, hier ein neues Zuhause zu schaffen. Verschiedene Wohnkonzepte lassen sich realisieren, ob Mehrgenerationenhaus, partielle Fremdvermietung oder komplette Eigennutzung oder Symbiose aus Arbeiten und Wohnen. Neun Zimmer stehen zur Verfügung. Die Küche ist Logenplatz und Zentrale des Hauses. Ein idealer Grundriss für Wohnen, Entertainment, aber auch viele Rückzugsorte. Mehrere Terrassen umsäumen das Haus. Auf der Hauptwohnebene gibt es ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche, zusätzlich noch einmal 65 im Untergeschoss. Das Grundstück ist über 1000 Quadratmeter groß. Wunderschön in einem Wendehaber, ganz ruhig am Waldrand. Das Haus aus dem Baujahr 1975 wurde 2007 umfassend saniert. Wärmedämmung, solarthermische Unterstützung der Warmwasseraufbereitung, neue Fenster, ein ganz neues Bild. Ein Traumhaus am Rhein. Hat es Ihnen auch so gut gefallen wie mir? Dann rufen Sie mich an. Mein Name ist Astrid Pelzer von den Immobilienlotsen in Bingen.